Ihr Lieben, es ist wieder soweit. Wir nehmen unsere Kreuzfahrtstradition wieder auf. Diesmal mit einem Segelschiff von Panama nach Costa Rica. Liebe Rüdiger, was ist diesmal das Besondere an unserer Kreuzfahrt? Ja, wir segeln. Und das ist ein alter Traum, auch von mir. Ich habe mal die Gorch Fock besichtigt vor langer Zeit, aber war nie auf seinem großen Segler. Fünfmaster und freue mich da sehr darauf, ganz persönlich unter vollen Segeln neue Segel zu setzen, neuen Anker werfen. Das sind alles so symbolische Dinge, die gut passen zu unserem spirituellen Weg, aber auch zu unserem gemeinsamen Interesse der Ethnomedizin. Also kommt wirklich sehr vieles zusammen unter Segeln, diese Inselwelt erkunden. Da ist ja jedes Ablegen, Anlegen ein Ereignis und wird natürlich auch das im Mittelpunkt stehen, diese große Reise. Und trotzdem werden wir natürlich auch da eine ganze Menge von dem, was uns bewegt, auf unserem Weg vermitteln und in unseren Herzen bewegen. Anschließend haben wir dann auch nochmal ein paar Tage in einem schönen Hotel in Costa Rica, ein Land, in dem ich schon zwei-, dreimal war. Wirklich ein sehr besonderes Land. Also in jeder Hinsicht. Die haben mal der Welt den Frieden erklärt unter Oskar Arias, den ich auch kennenlernen durfte. Ich freue mich da sehr darauf. Und es ist auch eine besondere Zeit, die Raunechte vom 27.12. bis zum 8.01.2025. Also das ist trotz dieser Hauptsaison in dieser Gegend und ziemlich sicher schönem warmen Wetter, ist es natürlich auch eine günstige Gelegenheit, die sich da für uns ergeben hat. Ja und wir werden natürlich auch Landausflüge machen. Wir werden dort Land und Leute erkunden, werden auch mit Heilern Kontakt haben, werden wir sonst auch sicherlich das ein oder andere besonderer Projekt noch besuchen, das uns da am Herzen liegt. Wir werden drei Tage in einem wunderschönen Hotel am Meer sein und gleichzeitig auch am Anfang Panahamer Stadt besichtigen, bevor es dann aufs Schiff geht. Und ansonsten sind es wieder viele kleine Seminareinheiten, die fast täglich stattfinden, auf die ihr euch da freuen könnt. Und wenn euch das Programm interessiert, dann schaut auf www.segel-neu-setzen.de. Dort könnt ihr euch unverbindlich anmelden und Informationen bekommt ihr dann umgehend zugesend. Wir freuen uns auf euch. Ja, wir freuen uns sehr auf euch.